Hallo Freunde, Hedgecom zu Trouble in Taras Town Ähm, yo, ich bin nicht alleine Ich bin nicht alleine, wie gesagt Hier, 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 der Mongo, der Mongo, der Mongo Und der Dead X, wo ist denn der, wo ist denn der, wo ist denn der Der, der, ich vermissen, du Ich seh dich nicht Oh nein, da hat jemand ne Pumpe, da hat jemand ne Pumpe Ich bin ganz unten So, ich bin inno Schreck, ich bin inno Schreck Das nicht aus Oh, leben noch sieben Leute, Alter Ey, lass uns auch mal raus, lass uns aus Ey, lass uns mal raus, Mann Das ist voll schacko Oh Mann, ey, lass mich raus, seid ihr tot John Bauer, ich versuch's einfach mal alles von hinten noch zu RdM einfach mal ganz Mit drei HP, Leute, mit drei HP, mit drei HP, das war so geil Ey, du bist so'n Lappen, ne Jo, Leute, war das, also die erste Runde ist vorbei Wer war denn der letzte Traitor gewesen Hm, Lutscher, hm, lecker Genau, Tobi, du hast recht, Tobi Tobi, riech mal, weißt du Oh ja, nein, ich hab nur ne M16, ich will keine M16, ich will keine M16, Leute Behinderte Waffe, die ist Ja Nein, ich hab die Geld, ich hab die Geld Nein, ich hab Ich hab die Überwaffe, ich hab eine der Überwaffen, ich hab eine der Überwaffen Ich hab ne Farmers Okay, nein, jetzt hab ich eine der Überwaffen Ich hab ne, ich hab ne Pumpe, okay Ja, und ich, ich bin, ich bin auch, Eno Ich bin zum Glück, Eno Und ich hab ne Pumpe, das ist so geil, ich hab ne Pumpe Der Traitor warf in der Hand rumgelaufen Und da hab ich ihn direkt getötet Der Souljar Mongo, bleib doch mal stehen, ich bin direkt hinter dir Hallo Ich hab ne Pumpe Ich bin nicht Alter, du Schwachtel Das gibt Rache, das gibt Rache, Junge Der Kill war so mies, ich wollt, ich wollt dich grad töten Und du killst mich einfach, du bist so ein Arschloch Alter, bist du ne kleine Hure Oh, nee, oh nein, ich hab ne M16 Na, klürlich, fick dich, Spiel Umdrehen Also ich könnte dir sagen, wo du Hallo Tobi, ich will dir nix tun Oh man, ich bin schon wieder nur Indos Nein, der Traitor-Test ist doch so behindert, ey Der hat das beste Versteck für nen Traitor Alle umzutöten mit ner Gier, ganz ehrlich Ganz ehrlich, alter, der hat der Brunner mit ner Gier Hinkommen und alle sind tot Tobi Tobi, hallo Geh mal weg, geh mal weg, Jan Bauer Machst mir Angst, machst mir Angst Ist irgendwas nicht für mich? Nein Warte mal, da unten geht einer ins Haus rein Uzi, 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 Uzi Hallo, Tobi Tobi, Mama Alter, verpiss dich, ey, verpiss dich doch, was willst du, Alter, du Pizzer Rache, Rache ist meins Was, ich war enorm, was willst du, ich hab nur das Gefühl, dass Mongo irgendwie wieder Traitor ist Nein Nein, ich kriege nur ne Kugel in Schädel Boah, Jambaru, wuchte Boah, Jambaru, wuchte Ich schaue mal den MK17, nein, hat den MK17 Den MK17, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er, den MK17, trotz, 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 trotz Ja, ich bin, MK17, Junge Die Waffe ist so Oh, nein, alter Rauch, geil H, bringt sich allen nix Ja, mir, der hält schon immer, auch Mit dem großen Haus Wie ganz schön, in der Möken H, Köln Auch hier auch ein ganzes H, Köln Ein war, alles schön, da Aber noch mal die Köln War klar Ja Ich hab, ich, jetzt, das, das war wie, wie der Random Killen Weil mein, ich weiß Ich wer der Kollege war, Kader Verrückte,verrückte Gäste Jawohl, Tobi ist der beste Tobi, ist der beste DRM-erder Welt Ein Applaus für, schwuli Tobi Ja, ich hab mich des Geist aber auch in welcher die entleitet nur zu hielt sich mit lauflicher Beweise du hast nichts gemacht du hast mich nur gekillt ach so dich habe ich nur gekillt ja hehehe das war leichter der dm vielleicht ich will diese scheiß Waffe haben versuchen die Situation den anderen einfach mal wieder zu killen zu gehen oder aus der Seite zu gehen Maulio ist eine Mk ich raste ich bin sowieso die ganze Zeit schon gegen die Bände ich tue erstmal Tobi erstmal ins Tobi killen ja also hier ist ein Mond und ja das ist bei mir auch manchmal das passiert mir PUM! PUM! die Waffen wehste die Waffen weh und die Säule hier so andere Leute ich hab ich hab ich hab einfach ne Galil ich hab den schon mal so mal getroffen alter Grüne Waldmaus ich hab einfach ich hab einfach Ding und einfach ne Galil Junge ich hab ne Pumpe ich hab ne Pumpe Junge die Waffe ist mal ein Mörder Schild jetzt keiner die Pumpe ich hab nur ne Pumpe okay ich hab nur die Pumpe Schroffind in der Hand das ist keine Traitor Waffe ich muss noch ein Verinnerung auch nicht Tobi das heißt es ist schon wieder acht Schüsse in der Schrote da schon mal 16 Schuss hey hier sind zwei Toten Mann ja richtig ich hab immer Traitor wenn man sagt Kopenhagen bekommt ein neuer Probe von TTT und bis nach der nächsten Runde ich hab kurz noch ne Pause gemacht hier lehre ich will eine Pumpe habe es gibt mir alle mal hier eine Pumpe ich gehe nämlich gern Pumpen ha 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 ich stecke die Pumpe in den Arsch weh schon aufpumpen tschung 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 ja ehem okay das wird sich gleich denkt nicht die TTT Niveau auf Elektro-Titel ne das hat jemand ne Kratzer geworfen ey jemand hat ne Kratzer geworfen ich hab aber die Pumpe und ich bin auch in der Lage da ja ich hab wirklich die Pumpe der Konzer kommt zu mir hier liegt ne Farmers Leute hier liegt ne Farmers ne Farmers die auch übel die besten Waffenpumpe die ist voll geil alter MK17 und Farmers und halt mal Max auch ganz ganz eigentlich ähm wo haben wir ihn denn haben wir Error für Innozenten und so Error ist hier im Haus mit dem TTT ähm TTT wie viel Damage man diese Scheiße macht einfach wenn man runterfällt Hallo wer schießen man ich werde mir hier ne Disco durch die Gegend hui eh noch schreiend Mama MK17 Sascha gib mir die MK17 bitte wo findest du die inno man? ich wurde tot was war das jetzt? Keine Ahnung Sascha ich wollte die MK17 haben das ist die beste Sniper die es gibt nicht mehr anzusehen hm hm mit was wurde nein nein wir wurden von C4 gekillt nein nicht jetzt ahnen müssen Leon Leon kill Leon kill Leon kill Leon kill Leon kill Leon ja wooooooool ey das das spielt jetzt nicht gerade übertrieben jawohl nice ey Instinkt ist warum kenne ich den nicht irgendwoher ja der hat die MK weiss ich muss mich aber richtig kreuzig sein ich muss mich heute mit Max das wär cool was für Max man jetzt keine Waffe für mich oder doch ne M16 oh Gott nein ich kann mich begraben gehen Diegel ist eigentlich voll geil alter Schrot findest geil wenn man weiß wo die immer sind ne ja und ich weiß nicht und ich weiß auch nicht was auch wo die immer sind das ist ja das geile jawohl alter ach nett mich mach ich halt und sagt was soll es sein so so Galil meine Lieblings-Aufgabe nein ich bin in Mace Alter hä ja Aaron Graven cool ich will in der MK dumm, 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 dumm ein Juni muss keine Machen, dumm, dumm schade Incy eh, da hätten glaub ich diesen Leuten bei den Traitor glaub ich Bam Incy Mon warte mal hm 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 ey, jemand so getötet auf jeden Fall ich hab am Sack jawohl aber was innocent, mal Schatz, das war echt ein Fehler also ne Player, Alter, steht hier rummach ich wollte schon töten ich wollte dich schon töten eigentlich wollte ich ja jemals eine Pläger noch töten Alter ich kann mir noch einmal alles zu mir ja, komm Alter ey, ey, der nächste bist du bist einig zu, der noch lebt gerade aber richtig krass ich brauche eine Waffe, nein, ich hab nur M16, nein, ich hasse diese Waffe, diese Waffe ist so grotten schlecht Rotwinter M16 oh, was war M16, die gibt mir den Rücher am Sack Rifle ja, und nee, ich will doch nur ne sie manchmal hasse ich schön wirklich also wirklich, ähm, ne ist es zu viel? oh, Alter, jetzt hab ich, jetzt hab ich, jetzt hab ich, jetzt hab ich mal Glück, Leute, jetzt hab ich mal richtig Glück ach, dankeschön wegen deiner MC wegen deiner MC miet ich hab auch, ich, hallo, ich hab noch ne Smoke ey, da ist ein Disco, 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 man okay, ich hab alles ich weiß, was ich brauche wo, Alter, was los ist mit dir? wo, Alter, was los ist mit dir? hat eigentlich irgendjemand ne MC 17? wenn ich mal fragen darf? oh, Arrow cool ja, wo? was ist denn Schrotwinter? er hat auch nicht geschossen, ich musste mich ein ein der junge guckt einfach weg, man, ohne Spaß wieso? äh wieso noch nicht mehr und überwanderung und bei uns überwanderung auch morgen ich habe das so viel dort karls ich habe doch jetzt sechs oder sieben Leute gekillt instant weg geschossen mein T-Shirt-Dings Was? Was hab ich hierhin? Ja, warte Der letzte muss hier irgendwo sein Ich glaub der ist im Haus drin Der ist noch halb hier oben Jawoll Ey jetzt hast du was von äh Bekunft mit dieser Habt ihr gesehen? Was für ne geile Runde Einfach mal alles von hinten aus geschalten Ich hab glaub ich sieben Leute erschossen gerade Das ist einfach mal so richtig geil Ich bin durchgegangen Mein Kollege ist mein Komplett jetzt auch gleich Hey, der nächste, wie fand es nur die Hilfe von der Silent Piste Ja, geil oder? Ja, da schwimmen wir das Ich komm von hinten zu dem hin und geh erst mal schön in der Silent Ja, lass ich mal mal gucken Ich lass mal mal gucken Ja, ich lass mal mal gucken Ein cooler Liegner S.G. rum Boah, 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 jetzt noch Mk, der hat die Mk, der hat die Mk Der hat die Mk, der hat die Mk Sascha, gib mir die Mk Bitte, ich muss mich töten Keine Ahnung, ich muss ihn sonst zu töten Alter, wenn ich nicht Traitor werde InnoStrend, cool Gefällt mir InnoStrend auch Alter, Max, Mann, deine Was ist eigentlich mit Genie immer, sag mal einmal Alter Alter, kein Ja, ja, ich hab' eine, ich hab' eine Oh, ne, er kommt schon wieder auf den Zorn Ich hab' eine Ich hab' eine Nein, ich hab' eine 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 quand'n ender mit der Derby und der Derby und der Erkrank wird Herr mal zu Die Schiff zuは, die Waffe G3SG1 Ich hab' einen Hör mal zu Die Sache G3SG1 Ja, äh Hey, ey, Schatz, na, ich find' meine Waffe so Warte kurz Nein, nein, ey, was los, 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 hier rum, hier rum, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, alter, alter, mach mir Angst Alter, warte für ne Runde Ach so, Schatz, ich glaube, du hast den Skin für die MK17 halt nicht Ich hab mir gedownloaded Natürlich, ich wurde von der Silent AWP gekillt Also Leute, ich kann euch allen wirklich, ich mach jetzt auch zwei Runden, das sag ich euch gleich Und dann werde ich erstmal zusammenschneiden, die Folge und dann werden wir mal gucken, ob das Ganze funktioniert Zum Beispiel das Vorstelle Oh, ist das ne Waffe, die ich denke Oh nein, das ist nur ne GS, das ist nur ne langweilige GS, die ist ja langweilig Ah, ich will die GS nämlich nicht haben, die so langweilig Gleich wäre da Okay, ja Also Lass mich hier noch Anteil zucken Nee, das spackt er bei mir nur rum Das lag so krass extrem Keine Ahnung, ich hab vor die Framme brüchelt Die lagte Ich bin auch wieder inno schrönen, aah Ich bin auch wieder inno schrönen, die immer Detektiv, ich werde dich mit allem beschütten Äh, er kann nicht einfach, weißt du Alter, was ist denn denn? Äh, irgendwas mit die Ähm DayX Danke DayX ist gut vezetern, soundstage, ok Ich bin wirklich schön, ich hab alles Er haben mich angeschossen, deswegen DayX Er hat mich alles angeschlossen, wir haben angefangen, wir haben uns schon geschossen ... Ich hab' dich nicht angeschossen, warum labert ihr immer durstest ... Arma, rollt Ich muss dem Verdacht nachgehen, QoS weißte Neon, traitor Hä?h, bevor denn, ich bin kein Trailer aufm Turm, ich bin runtergegangen, wieder Nein, unten in den Gängen, du Lappen! Ich geb dir gleich Lappen! Ich geb dir gleich Wischmorb, also halt fresse! Das war grad zu hart für mich! Nein, 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 darf ich mal was ausprobieren? Ich hab was cooles! Ey! Also es ist entweder dieser P1 hier unten, oder die... einer von... Hallo, ich wollte mich nicht anschauen! Hallo, ich wollte mich nicht anschauen! Hm... Kahn, Mai, Hallo, warum du das hier? Wie ist das Spiel? Ja, 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 ja! Boah! Oh, ich geh nicht gewege aus, ich geh wege aus! Ich geh nicht gewege aus! Ich geh nicht gewege aus, ich geh nicht gewege aus!